Zunker & Zunker, die Golfshow, Trackman Numbers. Jetzt wird es richtig kompliziert. Was ist Carry und was ist Total? Carry ist, wie weit ist der Ball durch die Luft geflogen bis zu dem Punkt, an dem er wieder auf die Erde trifft. Was ist Total? Nachdem er gelandet ist, marschiert er ja noch und wann bleibt er in Ruhe liegen. Das ist Carry im Flug, Total inklusive Roll. So einfach. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!